Oh, da müsste ich jetzt echt überlegen. Ich glaube, es ist das fünfte Mal und lustigerweise bin ich auch immer da. Das ist doch schon mal ein Zeichen dafür, dass es immer sehr schön hier ist. Ja, absolut. Also es ist wahnsinnig spannend. Filmbild trifft auf Fernsehwelt und man trifft viele alte Bekannte. Es ist immer so ein bisschen wie ein Klassentreffen.